Der Sommer naht und mit ihm die alljährliche Urlaubsplanung. Doch die Vorstellungen, wohin es gehen soll, sind oft recht unterschiedlich. Wir verraten, wie Du und Deine Partnerin Konflikte vermeiden könnt. Vielleicht gibt es ja ein Reiseziel, das Eurer beider Vorstellungen gerecht wird. Auch bei einem Badeurlaub kann man Ausflüge machen, Sport treiben, die Gegend oder kulturelle Sehenswürdigkeiten erkunden. Kommt Ihr in puncto Ziel aber überhaupt auf keinen grünen Nenner, dann könnt Ihr eine Münze werfen. Nur fair ist es, wenn einmal der Wunsch des einen Partners und das nächste Mal der Wunsch des anderen den Vorzug bekommt. Spannend wäre es sicherlich auch, wenn Ihr beide etwas wagt, was nicht zu Euren Favoriten zählt. Hier könnt Ihr ganz neue Erfahrungen machen und keiner fühlt sich übervorteilt. Ihr steht auf gleicher Stufe. Also warum nicht mal was Neues ausprobieren? Seid Ihr allerdings komplett unterschiedlich gepolt, solltet Ihr vielleicht mal getrennten Urlaub in Erwägung ziehen. Super, wenn Ihr Euch anschließend gut erholt wieder in die Arme schließt.